Die Gefangenen sind dort drüben. Leutnant, ich habe die Absicht, dem deutschen Volk zu zeigen, wie wir Frankreich erobert haben. Und nicht dein Zoo. Meines Wissens besteht die französische Armee nicht nur aus Negern. Wir konnten in diesem Gebiet nichts Besseres finden. Aber ich habe einen Aufruf per Funk abgegeben. Wir werden weiße Gefangene bekommen, das ist mir soeben bestätigt worden. Wir haben da ja so einige. Gut. Alle Neger vors Denkmal. Alle Neger. Alle. Und bitte schnell auf den Weg. Meine Herren, Sie gehen soeben in die glorreiche Geschichte des deutschen Reichs ein. Nämlich mit einem Aufbau. Das deutsche Volk möchte wissen, wie man ein tausendjähriges Reich errichtet. Es ist eine Propaganda-Film-Krieg. Sie machen Filme, die sagen, dass sie die Wahrheit in jedem Film in Deutschland erzählen. Sie werden re-enacten, wie diese Stadt war gestanden, und die französische Prisoner sind supposed zu defenden. Werden sie sich armiert? Ja, aber nur mit Blanks. Und despecable. Seht mal her. Ich habe diesen Mann entdeckt, als er gerade Lebensmittel in einem der Häuser des Dorfes mitgenommen hat. Er ist weiß. Wir könnten ihn doch gut als französischen Soldaten verkleiden. Er ist ein Plünderer. Ich brauche weiße, aber sie müssen jung sein. Der ist viel zu alt! Er ist ein Plünderer. Er ist ein Plünderer.